Hallo liebe Freunde der Baukunst, mein Name ist Carsten Nessler, ich bin Baugutachter für Wertermittlung und Schäden an Gebäuden und mir macht es wahnsinnig viel Spaß, Wissen zu vermitteln. Von daher freue ich mich ganz besonders bei der Sprengnatter Akademie als Dozent mit dabei zu sein, um Ihre Fragen anzunehmen, um mich um Ihre Anliegen zu kümmern, um in die Diskussionen zu gehen, um rauszufinden, wo brennt Ihnen etwas im Tagesgeschäft, was Sie sich vielleicht noch nicht getraut haben zu fragen. Fragen Sie mich einfach, vielleicht können wir das gemeinsam beantworten und von daher freue ich mich, Sie alle kennenzulernen, online oder offline bei der Sprengnatter Akademie. Bis demnächst.